Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 132 Nummer 132 Zum Mittagessen gibt es Chicken Nuggets mit frischem Salat. Zum Mittagessen gibt es Chicken Nuggets mit frischem Salat. Zum Mittagessen gibt es Chicken Nuggets mit frischem Salat. Naobid kurieche Nuggets mit frischem Salat. Heute feiern wir gemeinsame erfolgreiche Aktivitäten im sozialen Bereich. Heute feiern wir gemeinsame erfolgreiche Aktivitäten im sozialen Bereich. Heute feiern wir gemeinsame erfolgreiche Aktivitäten im sozialen Bereich. Unser Verein besteht seit zwei Jahren. Wir kümmern uns um die Rechte von Flüchtlingen. Unser Verein besteht seit zwei Jahren. Wir kümmern uns um die Rechte von Flüchtlingen. Unser Verein besteht seit zwei Jahren. Wir kümmern uns um die Rechte von Flüchtlingen. Die Kreissäge liegt in der Garage bei den anderen Werkzeugen. Julia hat mir einen interessanten Link geschickt. 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 In diesem Raum ist es zu warm. Kann ich den Ventilator einschalten? In diesem Raum ist es zu warm. Kann ich den Ventilator einschalten? In diesem Raum ist es zu warm. Kann ich den Ventilator einschalten? In diesem Raum ist es zu warm. Kann ich den Ventilator einschalten? Kann ich den Ventilator einschalten? Das Gewicht von gefrorenem Schnee erhöht die Gefahr, dass Äste abbrechen. Das Gewicht von gefrorenem Schnee erhöht die Gefahr, dass Äste abbrechen. Haben wir noch genug Tomatenketchup für die morgige Party? Haben wir noch genug Tomatenketchup für die morgige Party? Haben wir noch genug Tomatenketchup für die morgige Party? Ich denke, wir sollten uns mit diesem interessanten Thema näher befassen. Ich denke, wir sollten uns mit diesem interessanten Thema näher befassen. Ich denke, wir sollten uns mit diesem interessanten Thema näher befassen. Das Perlenarmband ist aus dem Nachlass meiner Großmutter. Das Perlenarmband ist aus dem Nachlass meiner Großmutter. Das Perlenarmband ist aus dem Nachlass meiner Großmutter. Brassletzperlenami zmajetko mojeje babusi. Wenn wir an dieser Stelle kleine Änderungen vornehmen, wird das Ergebnis optimal sein. Wenn wir an dieser Stelle kleine Änderungen vornehmen, wird das Ergebnis optimal sein. Wenn wir an dieser Stelle kleine Änderungen vornehmen, wird das Ergebnis optimal sein. Wenn wir an dieser Stelle kleine Änderungen vornehmen, wird das Ergebnis optimal sein. Durch die neuen Bienenstöcke produzieren wir mehr Honig als früher. Durch die neuen Bienenstöcke produzieren wir mehr Honig als früher. Z nowymy wolykamy my wyroblejjmo bilsche medu, nisch raníše. Die Wand ist aus Beton. Ich brauche eine Schlagbohrmaschine. Die Wand ist aus Beton. Ich brauche eine Schlagbohrmaschine. Die Wand ist aus Beton. Ich brauche eine Schlagbohrmaschine. Stina betonna. My ne potriban udarnay drill. Hast du Zwiebeln gekauft? Ich brauche drei Zwiebeln für unser Essen. Hast du Zwiebeln gekauft? Ich brauche drei Zwiebeln für unser Essen. Du hast Zwiebeln gekauft. Ich brauche drei Zwiebeln für unser Essen. Die Arbeit an diesem Problem bereitet mir Kopfschmerzen. Ich habe Appetit auf gesalzene Erdnüsse. Ich habe Appetit auf gesalzene Erdnüsse. Ich habe Appetit auf gesalzene Erdnüsse. Bei meinen Wanderungen beobachte ich mit dem Fernglas Tiere im Wald. Bei meinen Wanderungen beobachte ich mit dem Fernglas Tiere im Wald. Bei meinen Wanderungen beobachte ich mit dem Fernglas Tiere im Wald. Ich brauche etwas Zeit, um über das Problem nachzudenken. Ich brauche etwas Zeit, um über das Problem nachzudenken. Ich brauche etwas Zeit, um über das Problem nachzudenken. Ich brauche etwas Zeit, um über das Problem nachzudenken. Wir nehmen einen großen Rucksack mit auf die Reise. Wir nehmen einen großen Rucksack mit auf die Reise. Ich schneide die Blaubeertorte in zwei gleiche Teile. Ich schneide die Blaubeertorte in zwei gleiche Teile. Ich schneide die Blaubeertorte in zwei gleiche Teile. Ich schneide die Blaubeertorte in zwei Reise. Dank des neuen Gewächshauses haben wir dieses Jahr mehr Tomaten als sonst. Dank des neuen Gewächshauses haben wir dieses Jahr mehr Tomaten als sonst. Dank des neuen Gewächshauses haben wir dieses Jahr mehr Tomaten als sonst. Dank des neuen Teile dieses Jahr mehr Tomaten als sonst. Nächstes Jahr werden wir die Größe des Gewächshauses verdoppeln. Nächstes Jahr werden wir die Größe des Gewächshauses verdoppeln. Nächstes Jahr werden wir die Größe des Gewächshauses verdoppeln. Ich schraube eine Metallschiene auf einen Holzbalken. Ich schraube eine Metallschiene auf einen Holzbalken. Ich schraube eine Metallschiene auf einen Holzbalken. Schiffe haben immer einen Kompass an Bord. Schiffe haben immer einen Kompass an Bord. Morgens am See stört mich niemand bei meinen Übungen. Morgens am See stört mich niemand bei meinen Übungen. Die Schraube ist sehr klein. Ich habe den passenden Schraubendreher. Die Schraube ist sehr klein. Ich habe den passenden Schraubendreher. Die Schraube ist sehr klein. Ich habe den passenden Schraubendreher. Wind ist sehr klein. Ich habe den passenden Schraubendreher. Auf dem Tisch unter der Uhr steht eine Vase mit drei roten Rosen. Auf dem Tisch unter der Uhr steht eine Vase mit drei roten Rosen. Auf dem Tisch unter der Uhr steht eine Vase mit drei roten Rosen. Auf dem Tisch unter der Uhr steht eine Vase mit drei roten Rosen. Bitte reiche mir den grünen Flaschenöffner. 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 In unserer Küche verwenden wir viele verschiedene Gewürze. In unserer Küche verwenden wir viele verschiedene Gewürze. In unserer Küche verwenden wir viele verschiedene Gewürze. Jetzt kommen einige Wiederholungen aus den vorherigen Folgen. Ich habe Walnüsse gekauft. Wo ist unser Nussknacker? Ich baue einen Wolkenkratzer so hoch wie Häuser in Amerika. Ich baue einen Wolkenkratzer so hoch wie Häuser in Amerika. Ich baue einen Wolkenkratzer so hoch wie Häuser in Amerika. Ich baue einen Wolkenkratzer so hoch wie Häuser in Amerika. Wir beobachten den Sonnenuntergang bei einem guten Glas Wein. Wir beobachten den Sonnenuntergang bei einem guten Glas Wein. Wir beobachten den Sonnenuntergang bei einem guten Glas Wein. Am Vatertag gibt es ein kleines Geschenk für meinen Vater. Am Vatertag gibt es ein kleines Geschenk für meinen Vater. Am Vatertag gibt es ein kleines Geschenk für meinen Vater. Manchettenknöpfe tauchten erstmals im frühen 17. Jahrhundert in Europa auf. Es ist fünf vor zwölf. Wir müssen jetzt endlich etwas tun. Es ist fünf vor zwölf. Wir müssen jetzt endlich etwas tun. Es ist fünf vor zwölf. Wir müssen jetzt endlich etwas tun. Ich muss im Haushalt mithelfen. Heute muss ich staubsaugen. Ich muss im Haushalt mithelfen. Heute muss ich staubsaugen. Ich muss im Haushalt mithelfen. Heute muss ich staubsaugen. Ich muss im Haushalt mithelfen. Ich muss heute ein neues Familienmitglied sein. Wir haben seit gestern ein neues Familienmitglied. Wir haben seit gestern ein neues Familienmitglied. Wie wird wohl der heutige Tag? Das Wetter sieht nicht besonders gut aus. Wie wird wohl der heutige Tag? Das Wetter sieht nicht besonders gut aus. Wie wird wohl der heutige Tag? Das Wetter sieht nicht besonders gut aus. Ich habe alles für das Picknick mitgebracht. Leider ist mein Freund wieder nicht gekommen. Ich habe alles für das Picknick mitgebracht. Leider ist mein Freund wieder nicht gekommen. Ich habe alles für das Picknick mitgebracht. Leider ist mein Freund wieder nicht gekommen. Ich mache den Telefonservice für unseren Online-Shop. Ich mache den Telefon-Service für unseren Online-Shop. Ich habe den Telefon für unseren Online-Shop. Wir müssen uns mehr um unsere neuen Mitarbeiter kümmern. Wir müssen uns mehr um unsere neuen Mitarbeiter kümmern. Wir müssen uns mehr um unsere neuen Mitarbeiter kümmern. Нам потрібно більше піклуватися про наших новых Spівробітників. Am besten hältst du die Bürste mit der rechten Hand. Mit der linken Hand nimmst du den Föhn. Am besten hältst du die Bürste mit der rechten Hand. Mit der linken Hand nimmst du den Föhn. Am besten hältst du die Bürste mit der rechten Hand. Mit der linken Hand nimmst du den Föhn. Ich wusste nicht, dass es in Afrika so viele Länder gibt. Ich wusste nicht, dass es in Afrika so viele Länder gibt. Ich wusste nicht, dass es in Afrika so viele Länder gibt. Ich habe diesen Lachs gefangen. Er ist zu groß für unseren Gefrierschrank. Ich habe diesen Lachs gefangen. Er ist zu groß für unseren Gefrierschrank. Ich habe diesen Lachs gefangen. Er ist zu groß für unseren Gefrierschrank. Warum versteckst du dein Gesicht hinter einem Ahornblatt? Warum versteckst du dein Gesicht hinter einem Ahornblatt? Warum versteckst du dein Gesicht hinter einem Ahornblatt? Jedes neue Projekt beginnt mit dem ersten Schritt. Was ist in der weißen Plastiktube? Sie hat kein Etikett. Was ist in der weißen Plastiktube? Sie hat kein Etikett. Stoffbillig plastikowiii trubci. U neje nemaje mietki. Wir denken darüber nach, ein neues Auto zu kaufen. Wir denken darüber nach, ein neues Auto zu kaufen. Wir denken darüber nach, ein neues Auto zu kaufen. Ich habe das gerade durchgerechnet. Wir können es uns leisten. Ich habe das gerade durchgerechnet. Wir können es uns leisten. Ich habe das gerade durchgerechnet. Wir können es uns leisten. Das ist eine schöne Schaukel. Hier macht mir das Schaukeln Spaß. Das ist eine schöne Schaukel. Hier macht mir das Schaukeln Spaß. Das ist eine schöne Schaukel. Hier macht mir das Schaukeln Spaß. Danke sagen ist einfach, denn es kostet nichts und macht glücklich. Danke sagen ist einfach, denn es kostet nichts und macht glücklich. Danke sagen ist einfach, denn es kostet nichts und macht glücklich. Danke sagen ist einfach, denn es kostet nichts und macht glücklich. Der Verkauf floriert. Včora ja bagato prodav u swojemu magazinni. Prodagi proцwetajüć. Wir haben stundenlang tennis gespielt. Jetzt müssen wir uns ausruhen. Wir haben stundenlang tennis gespielt. Jetzt müssen wir uns ausruhen. Wir haben stundenlang tennis gespielt. Jetzt müssen wir uns ausruhen. Was macht die Katze in der Pfanne? Was macht die Katze in der Pfanne? Wenn du dieses Auto jetzt kaufst, dann gebe ich dir die Winterreifen gratis dazu. Wenn du dieses Auto jetzt kaufst, dann gebe ich dir die Winterreifen gratis dazu. Wenn du dieses Auto jetzt kaufst, dann gebe ich dir die Winterreifen gratis dazu. Jakščo vykupete Ču masšino zaraz? Ja vi dam vam zimovu resino bezkustovno. Oma hat einen neuen Waggon für meine Holzeisenbahn mitgebracht. Oma hat einen neuen Waggon für meine Holzeisenbahn mitgebracht. Oma hat einen neuen Waggon für meine Holzeisenbahn mitgebracht. Babuśa privizla nový waggončik dla mogo derivěnog potěga. Ben sah an diesem Abend gut aus. Er trug ein weißes Hemd mit Fliege. Ben sah an diesem Abend gut aus. Er trug ein weißes Hemd mit Fliege. Ben sah an diesem Abend gut aus. Er trug ein weißes Hemd mit Fliege. Ich verstehe das nicht. Kannst du es mir erklären? Ich verstehe das nicht. Kannst du es mir erklären? Wenn dir dieses Video gefallen, dann gib uns bitte ein Like. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlichen können. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann kannst du es mehr Videos für dich veröffentlichen. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann kannst du es mehr Videos für dich veröffentlichen. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann kannst du es mehr Videos für dich veröffentlichen. Und dann kannst du es mehr Videos für dich veröffentlichen. Dann kannst du es mehr Videos für dich veröffentlichen.